Soll ich jetzt reinspringen? Ahoi ihr Landmäuse! Moin! Sag was! Sag was! Ich sag was! Ja, wir haben die 10.000 Euro bei Starbucks erreicht! Juhu! Danke, danke, danke! Danke, 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 danke! Habe ich schon Danke gesagt? Danke, 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 danke! Ja, wir freuen uns sehr! Und wir haben jetzt sogar noch 3 Tage Zeit, also jetzt noch 3 Tage Zeit, um vielleicht noch ein paar Gutscheine abzugreifen, Tassen, T-Shirts und so weiter, wisst ihr ja? Und ja, heute haben wir endlich mal angefangen, also wir, eigentlich nicht, aber unser Mann hat endlich mal angefangen, die Decke zu streichen, die ganze Zeit waren dann die Fenster noch dran, weil das irgendwie dreimal übergestrichen werden musste. Heute ist endlich mal, ja, die Decke dran gekommen, freut mich sehr. Seht auf jeden Fall schon mal anders aus. Ja, ein bisschen... Viel heller. Viel heller auf jeden Fall. War es eigentlich schon? Sonst war eigentlich nichts weiter. Sonst war eigentlich nichts weiter, aber zwei Pro-Botschaften auf jeden Fall. Und ja, die Küche sieht auch schon sehr viel besser aus, sieht man jetzt in der Position glaube ich nicht gerade so, aber ja, die Fliesen müssen wir noch ein bisschen bearbeiten, aber ansonsten sind wir da auch schon recht weit. Und die Lüftung auf jeden Fall haben wir ein paar Mal durchgespült mit dem Kärcher, wo dann Schwelle von gelbem Wasser runter kamen. Also jetzt sieht das jedenfalls schon sehr viel besser aus, was? Wasser oder Fett? Das war dann halt eine Üffung aufs Beine. Auf jeden Fall nochmal ein riesengroßes Dank an alle Fans, Unterstützer, die uns jetzt geholfen haben, die uns ja quasi finanziert haben oder auch ein Teil davon sind jetzt. Oder auch uns mit Ideen oder Vorschlägen und so weiter unterstützt haben. Also vielen, vielen Dank dafür. Das ist einfach unglaublich. Ja, das ist echt krass. Ich sei großartig. Ich sei großartig. Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.